vielleicht ist dann wirklich nur 80 spieler vor mir vielleicht aber was ist also was sind das für springe von 50.000 auf 80 also also ich will so sagen damit da geht es auch nicht so ganz mit rechten dingen zu jetzt bin ich bei 60 jetzt bin ich wieder bei 70 aha jetzt bin ich auf 60 und wieder ich trau mich jetzt noch mal raus zu tappen um ehrlich zu sagen sonst das ist ja dann auch blöd hast ein absturz da bist du ja völlig am arsch das hier mit einem rocket pass ist ja auch so richtig dämlich wenn du die hirn game pass holst da kriegst du nur xp sehr auch ohne sinn stimmt nicht du kriegst auch items 4320 vor mir suche nach spiel server kommt wieder jetzt wenn jetzt fehler kommt ich schwöre auf alles ich ficke mütter ja das lass ich jetzt so stehen ich ficke ja verbindung fehlgeschlagen willst mich verarschen suche nach spiel ist aber jetzt suche alter jetzt sucht an den verfickten spiel server sonst schwöre ich genau fragt mich ob leute geld dafür bezahlen würden um das hier zu sehen was war denn eigentlich sechstausend leute vor mir 20.000 natürlich warum nicht komm da gibt noch mehr kommt schon leute jetzt hier komm mehr ja